Herr Weihbischof, Sie waren heute ja auch bei dieser Veranstaltung gleich in der ersten Reihe gesessen. Wie haben Sie diese Veranstaltung empfunden zum islamischen Judenhass? Naja, einerseits sehr wichtig und notwendig. Ich meine, ich frage mich ja überhaupt, wie man den Koran über die Grenze lassen kann. Wenn ich ein Paket hätte mit den Reisen von Sion oder Mein Kampf, würde man mich anhalten, wegen Wiederbetätigung. Und den Koran lassen wir herein und überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, dass die Muslime ja beim Hitler mit Truppen geschickt haben. Ja, der Pakt der Nazis mit dem Islam, Brüder im Geiste, die sich gegenseitig die Ähnlichkeit ihrer Ideologien bestätigt haben. Und wissen Sie, was ich vermisst habe? Einmal ein seites, ein sanftes Wort, das habe ich mir erst gestern im Internet erforscht, über den unglaublichen Antisemitismus der Russen. Auch ganz prominenter Russen, die sind auf zu Korol und Dostoevsky, waren Antisemiten. Davon ist überhaupt nicht egal. Weil der Gulag wird ja auch verschwiegen. Das ist ja die andere Ungleichgewicht. Und dann hätte ich einmal gerne gehört, die Kritik von Josef Roth, der hat den Antisemitismus so formuliert. Sie prügeln den Moritz Finkelstein aus Breslau, aber sie meinen den Juden aus Nazareth. Und sie werfen den Juden nicht vor, dass sie Jesus gekreuzigt haben, sondern sie werfen ihn eigentlich vor, dass sie ihn auf die Welt gebracht haben. Da geht es ganz tief, ja? Das ist eine andere Perspektive. Aber es ist ja jetzt nicht nur so, dass der Islam die Juden bedroht, die Christen, ich meine, sie tragen das Kreuz, die Christen sind weltweit vom Islam bedroht. Auch das wird völlig, völlig unterschätzt. Vermissen Sie es auch, dass kirchliche Würdenträger etwas zu der Christenverfolgung in islamischen Ländern sagen? Da hört man ja fast nichts. Es ist ja schwierig, was zu sagen, weil Sie wissen das als Journalist ja auch. Das Selbstverständliche kann man schwer anbringen. Sie haben es auch selber erlebt, dass Sie sich kritisch zum Islam geäußert haben und dann von Ihrer eigenen Kirche angegriffen wurden. Wenn man meint, was der Mohammed alles gemacht hat, selber Kriege geführt, Leute ausgerottet, dann muss man das doch nicht sagen dürfen. Und woher kommt dann dieses Appeasement, dass man versucht, den Islam in Schutz zu nehmen, obwohl die eigenen christlichen Brüder und Schwestern bedroht werden? Ja, dumm meint.